Puh, du bist endlich deinen toxischen Ex los. Du hast dich von dem toxischen Familienmitglied getrennt und jetzt bist du alleine. Jetzt denkst du, jetzt geht's auf, jetzt geht's los. Jetzt, wo ist denn die Veränderung? Na, du bist doch nicht geheilt, aber ich werde dir heute ein paar Punkte ans Herz legen, die mir besonders wichtig sind, auf diesem Kanal rüberzubringen, weil ich selber erst darauf gekommen bin und jetzt daran arbeiten kann. Und ihr wisst, ich bin auch dafür da, dass ihr an euch arbeitet, denn mein Wunsch ist, dass ihr alle geheilt seid und dass viel mehr Menschen aufwachen. Nebenbei erwähnt, jeder Kommentar pusht diese Videos weiter. Also kommt raus aus eurem Schneckenhaus, wo ihr wahrscheinlich seid. Ihr seid wahrscheinlich ganz viele zurückgezogene Menschen, die gerne alleine sind und sich wenig beteiligen bei sowas. Aber ich wünsche mir besonders heute von dir einen Kommentar, weil ich dich wahrscheinlich auf diesem Kanal noch nie gesehen habe. Und ich will dir heute auch zeigen, warum du in diesem Schneckenhaus hängst, warum du dich gerne zurückziehst und warum Stress dein neuer Begleiter ist. Und wo kommt das denn alles her? Darum wird es heute gehen. Es wird furchtbar spannend, besonders war es für mich die letzten Tage spannend, wo ich das Ganze überarbeitet habe. Und ja, Leute, jetzt weiß ich, was los ist. Und diesen Moment will ich bei dir heute im Kopf triggern. Also mache ich mir noch einen ekelhaften Energy Drink auf und dann starten wir rein in die Folge. Du bist jetzt raus aus der Beziehung. Du denkst dir, ja, cool, jetzt habe ich Erkenntnisse gesammelt. Jetzt weiß ich, dass mein Gegenüber absolut toxisch für mich war. Und jetzt habe ich auch kapiert, dass jede weitere Sekunde in so einer Beziehung schlecht für mich, meine mentale Gesundheit und für alles, was mich ausmacht wäre. Der Narzisst hätte dich beinahe zerstört. Aber er hat dich nicht zerstört. Du bist die eine Person, die davon gekommen ist, die Antworten gefunden hat. Nochmal, im realen Leben kriegst du keine Antworten. Das wirst du mir bestätigen können. Und in der Schule wird sowas auch nicht gelernt. Aber wie würde so ein Fach ausschauen? Sowas würde ich auch gern mal irgendwie machen. Also, du hast Stress. Jetzt. Und du weißt nicht, wo der Herr kommt. Du ziehst dich gerne zurück. Du weißt nicht, wo der Herr kommt. Du musst ständig die Lage checken und weißt nicht, warum. Du fühlst dich nirgendwo sicher. Jetzt überleg mal, wenn du in einer längeren Beziehung warst oder wenn es in einer Familie war, dann warst du gefühlt immer mit einem Raubtier im Raum. Das kann egal was sein. Das kann ein Panther sein, ein Jaguar, ein Tiger, Löwe oder ein Kojote. Du wusstest nie, was los ist. Und besonders ich als Kind eines narzisstischen Vaters. Wie gesagt, ich habe über 30 Jahre mittlerweile Erfahrung bei sowas und arbeite erst jetzt an mir. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hätte mir auch viel früher einfallen können. War es so, dass ich halt alle 14 Tage zu meinem Vater gekommen bin. Und die Nacht davor hast du schon schlecht geschlafen. Und du hast dir gedacht, warum denn? Dieser Tag ist ja völlige Verschwendung. Selbst wenn ich jetzt den ganzen Tag nur, was habe ich damals gemacht? Ja, Pumuckl oder Simpsons oder irgendwas angeschaut habe, dann wäre das ein erfüllterer Tag als das. Du bist nervös. Du kannst nicht schlafen. Du schwitzt. Du bist angespannt. Du bist jetzt schon genervt, dass du da morgen hinwurscht, obwohl es dein eigener Erzeuger ist und du weißt eigentlich gar nicht, was los ist. Aber gefühlt hast du jedes Mal, wenn du diesen Vater besuchst, bist du in einen Ring gestiegen. Oder du bist halt wirklich in einem Käfig mit einem wilden Tier. Aber vor diesem Tier hast du Angst. Dieses Tier ist unberechenbar, weil du weißt ja, wenn du jetzt eine Katze auf dem Schoß hast, die ist domestiziert, die ist an den Menschen gewohnt, die passt auf dich auf und die kann ihre Gefühle einigermaßen kontrollieren. Jetzt wenn du aber eine Bobcat hast, also einen Wildluchs, eine große Katze. Naja, die kann auch durchstreicheln und durch alles Mögliche mal overexcited werden, also überstimuliert und dann fährt sie die Krallen aus und verletzt dich und ist sich dessen gar nicht bewusst. Also du hast hier keine Schmusekatze im Haus. Du hast hier wirklich ein Raubtier im Haus. Und du weißt mittlerweile, in narzisstischen Beziehungen ist es egal, was du machst. Ob du der beste Mensch bist, der keine Fehler macht oder ob du ein Mensch bist, der viele Fehler macht. Es wird dir alles kritisiert. Es wird alles umgedreht und du bist an allem schuld. Und besonders in dem Alter, oder aktuell, wenn du es in einer längeren Beziehung warst, nimmt dein Ego schon ganz schön ab. Was machst du denn noch richtig? Was kannst du denn überhaupt und an was bist du denn nicht schuld? Du regulierst die Stimmung deines Gegenübers und er reguliert deine. Schau, der Narzisst reguliert deine Stimmung. Wenn es dir viel zu gut geht oder wenn es dir allgemein einfach nur einen guten Tag hast, kann er das nicht ertragen, weil er hat solche Tage nicht und deswegen zieht er dich runter. Bis du auf ihrem Level bist oder sogar weit drunter agierst, damit er weiter oben ist. Er nimmt deine Energie mit. Aber genauso andersrum. Und hier musst du besonders aufpassen. Wenn es dir schlecht geht, dann kann der Narzisst natürlich auch kommen und dich hochziehen. Ja, aber dann denkst du, der ist doch menschlich. Der hat doch Empathie und alles. Nichts könnte falscher sein. Er macht das nur, weil er dieses Verhalten gespiegelt hat und weil er gemerkt hat, dass du das brauchst. Und besonders, weil er durch deine Dankbarkeit, die du ihm gegenüberbringst, weil er dich motiviert hat, weil er dich gepusht hat, dadurch steigt er. Dadurch hat er Energie. Dadurch geht es ihm gut. Weil er durch deine Dankbarkeit genauso Bestätigung kriegt, wie wenn du dich wegen ihm aufregst. Er muss der Mittelpunkt sein. Er muss der Regulator deiner Stimmung sein. Und das ist auch dein Vater. Und das ist auch deine Mutter, wenn du aus dem Elternhaus kommst. Dann bist du also in ständigem Stress. Und weißt auch nicht, wohin. Deswegen kannst du auch nicht gut schlafen und deswegen ziehst du dich auch gerne zurück. Jetzt stell dir mal vor, du schläfst in einem Zoo, in einem abgesperrten Gehege über Nacht. Da ist kein Wärter mehr da. Ja, was machst du dann? Dann suchst du dir auf jeden Fall irgendwo eine kleine Höhle, wo dieser Mensch, dieses Tier nicht rein kann, weil du kannst nie schlafen. Du hast innerlich immer diesen Fluchtreflex. Immer dieses auf Eierschalen dahinlaufen. Und immer, ja, wir Menschen sind auf das gar nicht programmiert. Auf diesen ständigen Stress. Auf diese durchgehende Belastung. Du kannst da direkte Angststörungen und Panikattacken kreieren doch sowas in deinem eigenen Kopf durch dein Gegenüber. Aber du weißt ja nicht, woher. Weil diese Person ist ja immer wieder mal nett zu dir. Doch jetzt stell dir vor, dieser Käfig ist von heute auf morgen weg. Und du hast es endlich geschafft. Du hast die Beine in die Hand genommen und bist auf No Contact gegangen und hast dir gedacht, jetzt geht's los. Und du wirst gemerkt haben, es geht nicht von heute auf morgen. Es sollte dir aber auch bewusst sein. Jede Veränderung bedarf ihrer Zeit. Und besonders, es war keine normale Beziehung. Es war eine Beziehung, aus der du heilen musst. Und mit Beziehung meine ich eben auch das Elternhaus. Auch daran musst du heilen. Und das dauert seine Zeit. Und hier wirst du gemerkt haben, es kommen immer wieder Rückschläge. Und Rückschläge, wo du natürlich wieder an dir selber zweifelst. Das solltest du auf keinen Fall machen. Kommt aber wieder. Und dann will ich dir einfach nur sagen, diese Abstände, die werden immer kürzer. Du musst nur dran bleiben und dran glauben. Wenn du wieder aufgibst, dann haut es dich wieder ein paar Schritte zurück. Weil überleg mal, wenn du jetzt zwei Schritte nach vorne machst und du machst irgendwann einen zurück, dann bist du immer noch einen Schritt weiter, als du es sonst gewesen wärst, bevor du die Sache überhaupt angegangen bist. Und mit diesem Mindset musst du an die Sache rangehen. Dann musst du genau bei diesem einen Schritt voraus weitermachen und nicht dafür sorgen, dass du wieder komplett bei Null stehst. Weil immer wieder komplett bei Null stehen ändert nichts und macht die Sache immer schlimmer. Stell dir vor, dieser Käfig ist von heute auf morgen weg. Und du bist frei. Doch die Symptome, die bleiben leider und die werden auch nicht leichter. Und dann wirst du dich sowieso schon länger gefragt haben, warum passe ich nicht mehr so ins Bild? Warum ziehe ich mich gerne zurück? Warum gehe ich auf keine Partys mehr? Warum mache ich da und da bei Freunden nirgendwo mehr mit? Warum bin ich lieber alleine daheim? Warum sage ich Termine ab? Ja Junge oder Frau, du hast noch Stress. Du hast diese Belastungsstörung danach. Es geht nicht von jetzt auf gleich. So, wenn du jetzt in einem Extremjob arbeitest und du kommst nach 14 Tagen nach Hause, dann bist du auch nicht sofort auf Null runtergefahren, sondern dann dauert es deine Zeit. Als kleines Beispiel, wenn du jetzt auf einer Bohrinsel arbeitest oder irgendwelche krassen Jobs hast, dann ist diese Umstellung krass. Genauso, wenn du jetzt in der Tiefe tauchst, dann musst du auch langsam auftauchen und dich langsam wieder ans Normal gewöhnen. Wenn du aus dem Weltraum kommst, dann musst du langsam wieder das Gehen lernen. Und so musst du dich jetzt in der Hinsicht sehen. Es war keine normale Beziehung. Es ist tief in deinem Unterbewusstsein noch so einiges im Argen. Das schauen wir uns jetzt noch kurz an, oder? Das wäre das Allerwichtigste für dieses Video. Kurz noch zu diesem altes Leben und wieder dahin zurückfinden. Vergiss dein altes Leben. Jetzt gar nicht im Negativen. Vergiss dein altes Leben. Dein altes Leben war unaufgeräumt. Aber du hattest keinen Plan. Du hattest vielleicht auch kein klares Ziel in deinem Kopf und deine Grenzen waren auch noch nicht so richtig aufgestellt. Das heißt, dein Leben eins zu eins, wie es davor war, das wird nicht wieder kommen. Aber die positive Nachricht darin ist, dass dein Leben eine bessere Version von dir selber wird. Das ist Fakt. Da wirst du darauf hinwachsen. Das kannst du mir gerne glauben. Auf diesem Weg befinde ich mich gerade und es wird von Tag zu Tag besser. Heute ist Tag vier meines neuen Lebens. Ich habe einfach einen Tag gefunden, wo ich gesagt habe, ab heute ist das alles vorbei. Ab heute lasse ich das alles nicht mehr zu. Und das ist jetzt Tag vier. Und allein dieses Mindset, allein dieser kleine Switch in deinem Kopf, der kann so viel verändern. Aber du bist kein schlechter Mensch, nur weil du dich jetzt gerne zurückziehst. Nur weil du soziale Kontakte mehr meidest. Nur weil eine einfache Situation wie ich muss Milch kaufen im Kaufland für dich eine Herausforderung ist. Da darfst du dich nicht aufgeben und vor allem nicht auf diesem Weg verlieren. Du hast dich während dieser Beziehung schon mehrfach verloren. Du hast wahrscheinlich eine regelrechte Identitätskrise. Und auch das ist eine Eigenschaft, die hast du vom Narzissen mitgenommen und übernommen. Da gibt es so einiges. Du bist vielleicht auch impulsiver im Straßenverkehr und meidest Menschen und würdest dich selber als Misanthrop bezeichnen. Da bist du aber eigentlich gar nicht. Aber dahin wirst du wieder finden. Dahin wirst du wieder wachsen. Die größte Erkenntnis für mich war, ganz ehrlich, ich bin regelmäßig in einem Fitnessstudio als Beispiel. Und nach jedem Satz, sagen wir mal, ich mache gerade Bankdrücken oder so, mache meine zehn Wiederholungen, stehe ich auf und checke sofort die Lage. Ich schaue sofort den ganzen Raum. Ich scanne den Raum und jetzt weiß ich auch warum. Jedes Mal, wenn jemand sein Fitnessarmband am Eingang scannt oder die Tür geht, muss ich sofort schauen, wer ist das. Das gleiche Phänomen habe ich genauso in Restaurants. Wenn ich jetzt mit einem Kumpel zum Dorf wird fahren, wir bestellen uns auf entspannten Schnitzel. Ich muss jedes Mal schauen, wenn die Tür aufgeht. Ich muss jede Person im Raum scannen. Ist es eine potenzielle Gefahr oder nicht? Was macht diese Person? Wie schaut sie mich an? Ich lese diese Personen aus. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil jede Person in meinem Unterbewusstsein eine Gefahr darstellt. Weil jede Person in meinem Unterbewusstsein für mich wirklich eine Alarmsituation auslöst. Und ich schätze, du kennst das mittlerweile wahrscheinlich auch. Schaust du dich auch jetzt regelmäßig um? Wer kommt rein? Wer ist da? Was ist los? Und überhaupt kann ich mich hier wohlfühlen? Und das erklärt auch in letzter Zeit mein Gefühl von keine Ruhe mehr finden. In sich selber. Und da gibt es zwei Punkte. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich fühle mich, seit ich mit meinem Vater Kontakt hatte, so als wäre ich bei Truman Show. Als würde ich überwacht werden. Und meine Ausrede dafür war halt oder meine Erkenntnis für mich selber war immer, dass wir halt in der heutigen Zeit so hinerzogen werden. Dass alles gläsern ist. Dass wir alles über jeden wissen. Dass jeder alles von dir weiß. Aber das kann eine regelrechte Paranoia werden. So, das ist wie wenn du jetzt mal ein bisschen Brokkoli intus hast oder ein bisschen Alkohol. Und du gehst spazieren und denkst, der entgegenkommt, der weiß sofort, was los ist. Der weiß es. Wer weiß es? Natürlich weiß es. Der weiß auch, wo ich gestern Abend war. Nein. Aber so war mein Leben die letzten Jahre. Dass ich dachte, dass jeder alles von mir weiß. Deswegen gebe ich vielleicht auch heute ganz, ganz gerne wenig von mir preis. Bis gar nichts. Und bin der mysteriöse Mann aus dem Internet, der einfach euch motiviert, euch aufbaut, euch helfen will. Aber mein Gesicht seht ihr erstmal gar nicht. Oder mein Wohnort oder so. Das tut auch gar nichts zur Sache erstmal. Das kommt vielleicht alles irgendwann mit der Zeit. Aber das wird dauern. Und jetzt weiß ich auch, woran ich arbeiten muss. Jetzt bist du aber auch ein Mensch, der wollte nie in einen Zoo gehen. Der wollte nie mit wilden Tieren zu tun haben. Der wollte nie in die Verteidigungshaltung kommen. Verteidigungshaltung. Das hast du Jahre jetzt gehabt. Bei jeder Sache. Und sinnbildlich hast du dich halt ständig vor einem Tier, was täglich ausbrechen kann, verteidigt. Damit dir das nicht mehr passiert. Aber es ist von heute auf morgen weg. Und was machst du? Du fühlst dich wie ein Deutscher nach der Rente. Du musst dich beschäftigen. Du kannst von jetzt auf gleich nicht runterfahren. Du kannst doch jetzt nicht Rente haben. Du hast dich bei allen verabschiedet. Du sitzt jetzt auf der Gartenliege und das war's. Das kann doch nicht sein. Du fühlst dich direkt wertlos, inhaltslos und musst dich beschäftigen. Du suchst dir Stress. Du brauchst diesen Stress. Und diesen Stress hat dein Vater oder deine Mutter oder deine Langzeitbeziehung die auch noch so eingetrichtert. Du musst hundert Prozent machen. Du darfst jetzt nicht faul sein. Du musst es und es schaffen. Und ich habe sowas immer als übertrieben deutsch wahrgenommen. Aber nein, es ist sehr narzisstisch, wenn du dein Gegenüber immer wieder pushen willst oder aus dem Gegenüber was Besseres machen willst, als du bist, weil du es selber nicht erreichen hast können. Aber gleichzeitig feierst du dich, weil du doch der Mentor von der ganzen Sache bist. Es ist ganz komisch, wie solche Leute auf solche Ideen kommen. Aber stell dir mal vor, das ist von heute auf morgen weg. Du suchst Beschäftigung. Du brauchst es. Du bist nervös. Dein rechter Arm zittert. Dein linker Fuß kann nicht so still sitzen. Du sitzt dich hin. Du stehst auf. Du denkst dir, ja gut, jetzt, jetzt. Der im Internet, der Refugee-Typ, der hat gesagt, mach Me-Time. Oh, das mache ich jetzt. Sitz dich hin, zündest dir eine an. Zigarette ist aus. Du stehst auf und mähst den Rasen, weil du hast gerade gesehen, der gehört schon längst wieder gemäht. Dann machst du das noch, das noch, das noch und das noch, bis du letztendlich völlig kollabierst an dem Stresslevel, was du aktuell hast. Das wirst du auch in der Arbeit merken. Du müllst dich mit Arbeit zu. Du nimmst immer mehr Arbeit auf. Und am Schluss hast du irgendwann Burnout und alles Mögliche. Gedanklich hast du es wahrscheinlich schon längst. Aber diese Aufgaben, die du alle jetzt hast, die sind so irrelevant. Überleg mal, wo bist du in diesem Universum? Was ist jetzt wichtig? Natürlich, du musst Rasen wählen. Du musst mit dem Hund Gassi gehen. Du musst Einkäufe machen. Du musst dein Bad putzen. Du musst alles Mögliche. Musst. Aber es ist ab und zu auch mal einfach wichtig, nicht das zu tun, was wir alle so machen. Das hatte ich letztes Mal auch, diesen brutalen Stressmoment, wo ich mir dachte, ich habe heute noch 10, 20 Aufgaben, die müssen alle unbedingt sein. Bla, hier Deadline. Und dann bin ich einfach an den nächstbesten See gefahren, habe dort MeTime verbracht, habe dort einfach nur gechillt. Ich habe keine Internet-Flatrate. Ich wurde nicht abgelenkt und habe die Natur genossen. Und es war sowas von schön. Nebenbei habe ich für euch auch ein Video aufgenommen und das kommt am Sonntag, also als Vlog sogar. Also wenn du noch neu auf diesem Kanal bist, abonniere gerne und teile dieses Video, dann seid ihr auch Sonntag wieder mit dabei. Dann freue ich mich auf euch. Doch wenn dieser Stress jetzt von heute auf morgen weg ist, dann suchst du dir genauso eine Beziehung wieder, wo es wieder genauso wird, weil das dein neues Normal ist, weil du das kennst. Aber du wolltest nie in einen Zoo gehen und in einem Gehege allein zu sein. Du bist lieber dieser Typ, der beobachtet, Fotos macht, sich an die Wand hängt und fertig. Der Löwe kann narzisstisch sein, auch wenn er an deiner Wand hängt. Aber er sollte nicht dein Freund, dein Partner oder dein Erzeuger sein. Ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast mit diesem Video, was ich meine. Warum du dich die ganze Zeit umschaust, warum du jede Person im Raum scannst und warum dieser Stress dein ständiger Begleiter ist. Und Oversinking kommt natürlich noch dazu, weil du hast in diesem Käfig jede Eventualität dir ausgedacht, was könnte passieren. Jetzt nicht, wenn er hochgeht, also nicht, wenn er explodiert und dich niederbrüllt, sondern wie kannst du entkommen. Du hast jeden Türgriff, jede Schraube, du hast dich gefühlt wie bei Prison Break. Du hast deinen Escape-Plan schon gefühlt ausgemacht in diesem Raum. Du hast in diesem Raum oder sinnbildlich Haus oder wo auch immer ihr wart gemeinsam, du weißt alles davon. Es ist ein wirkliches Trauma und es wird dich auch in deinen Träumen noch verfolgen. Aber du weißt jetzt, warum die Sache so gelaufen ist und ich hoffe, du kannst ab jetzt mit dieser Erkenntnis daran arbeiten und langfristig freier werden. Da wollen wir doch alle hin. Es gibt die bessere Version von dir selber und darauf kannst du hinwachsen. Es ist für niemanden zu spät und dein Mindset macht das meiste aus. Dein Mindset macht das meiste aus. Es geht nicht um Besitztümer, Kapitalismus und alles Mögliche. Wo mache ich den besten Urlaub? Dein Mindset und wie du in den Tag startest, wie du abends ins Bett gehst, das ändert alles. Aber das kommt noch auf diesem Kanal und das werden wir uns gemeinsam noch anschauen, denn wir wachsen hier gemeinsam und hier ist niemand alleine. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tag, Morgen, egal wo du bist. Hier ist niemand alleine. Peace und macht's gut. Ja, Freunde, und an dieser Stelle noch ein Bonus-Tipp. An dem Punkt, wo du frei bist, an dem Punkt, wo du endlich los bist von allem, da bist du reizbar. Da hast du selber eine kurze Reißleine und du reagierst auf normale, menschliche, humane Kritik richtig böse, richtig zwider und du münzt dann viele Sachen drauf um, als wäre deine ganze Existenz in Frage zu stellen bei jeder kleinen Kritik. Das ist ein Punkt, den müssen wir alle selber lernen, weil diesen Punkt hat uns auch der Narzisst in den Kopf gepflanzt. Und dieser Punkt macht in deinem Kopf, dass du dich immer wieder ab hier fragen wirst, bin vielleicht ich die toxische Person? Bin vielleicht ich der Narzisst, weil ich jetzt auch mit Kritik nicht mehr so umgehen kann wie sonst? Aber wir haben ein Trauma davon und wir wurden unser Leben lang für alles kritisiert, was wir nur angefangen haben. Und da waren auch viele gute Sachen dabei. Mach dir gerne mal die guten Sachen bewusst und such nicht nur in deiner Vergangenheit jeden Fehler, den es nur gegeben hat. So kommst du viel leichter in die Umsetzung. Verfolge diesen Weg weiter gerne auf diesem Kanal. Ich freue mich auf dich. Das weißt du. Dankeschön.